Ja, jetzt kommt hier nochmal ein Test. Ich hoffe, das ist jetzt der letzte. Mal schauen. Ich habe jetzt das Stativ ein bisschen höher gedreht, damit ich mich jetzt nicht so nach unten bücken muss. Ich habe jetzt das Zusatzlicht wieder dabei. Allerdings habe ich das jetzt so ein bisschen auf Spot gestellt, sonst würde mich das jetzt hier so stark blenden. Ist jetzt ein bisschen anders. Ja, ich gucke nochmal, wie das aussieht und dann legen wir vielleicht gleich los.